wieder alles anpflanzen und so nicht dass ihr euch erredet sagt du zerstörst die natur du naturschender gibt es das überhaupt naturschender weiß ich gar nicht würde mir jetzt direkt nichts einfallen aber acht mensch guck mal das ding wurde mir nichts einfallen habe ich gesagt so wie viel holz haben wir denn jetzt 17 ja schon cool so da hören wir noch mal kurz den hier war denn da jetzt noch ein baum gemacht so ach mensch wenn wir gerade mal dabei sind kann man ja mal ein bisschen freudiger mit der achse umgehen diese ekei kaputt also dann dann kommen wir noch mal ordentlich kaputt hauen und man will die bäume dreschen so du noch hier kann man super hafen machen so kleine station einfach bloß so was willst du sonst bauen alles gesorgt so jetzt ist natürlich auch die axt kaputt aber diesen baum den haben wir jetzt auch zerstört also zumindest ein blog schon mal ausgenommen deswegen werden wir ihn auch mit den händen abholzen so ist ja kein großer baum denke ich mal nein war nicht hoch jetzt bin ich auch so sind auf dem baum ich habe ich habe gerade ein ei bekommen jetzt habe ich das mal gegen das huhn geworfen und du bist schuld nein jetzt habe ich das eingenommen das gegen das huhn geworfen da kommen kleinen kücken raus das hatte ich auch noch nie also ganz ehrlich das hatte ich auch noch nie sieht eigentlich cool aus kann man so lassen da oben weiß ich noch nicht da könnte man vielleicht noch akzente setzen am haus jetzt mache ich das mal kurz so habe ich denn ich muss natürlich erstmal reingehen natürlich kann ich gewitzt von hier hinten gleich reingreifen machen wir mal kurz so hier den hier lalala zack noch ein bisschen holz übrig dann wollen wir gleich mal ein paar slabby die slab slabs reichen 6 ich glaube ja eher nicht und dann machen wir mal kurz den hier so 8 nein das wird nicht reichen oder ach komm wir machen einfach noch mal ein wir haben dort das holz so jetzt wollte ich das so machen dass das genau 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 so 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 und so tiernummer so hoch ach wir haben natürlich stimmt ja die axt ist ja uns für uns kaputt gegangen beim abschlagen von holz so den hier den hier den hier den hier und den hier und den hier und dann machen wir mal kurz machen wir das so setzen bild chinesisch oder so aus keine ahnung habe ich bin loblosen mensch leute urteilt mich nicht kann man eigentlich noch super im fenster einsetzen wird immer fenster 1 2 als natürlich das ding baum im weg oder das busch dingens da warte mal ich mach mal unten nicht dass ich den bus zerstöre shit happens das geht natürlich net kennt ihr den bayerischen akzent? ja das geht net ja freilich na das muss man nicht so machen finde ich irgendwie cool so mach ich das jetzt so das würde natürlich jetzt nicht so gehen also meinte ich das nicht kommt das schwert das machen wir mal kaputt wenn es denn kaputt geht kann man das jetzt kaputt machen wenn man einfach hier so dran schlägt würde mich mal interessieren ich glaube es geht bloß bei abbauen ich bin mir gar nicht sicher die sonne geht übrigens wieder runter wie sähe denn das jetzt von oben aus? huch soja dänzendes holz wie sähe denn das von oben aus? sehr peupeh sieht man eigentlich nicht kann man auch noch eine schöne veranda drüber machen aber ich weiß nicht dass es sich lohnt hier hm hm das wär too much oder? ich glaube das wär too much ich bin mir nicht sicher aber ich glaube mal hier so äh oder? nee komm wir lassen das einfach hier so frei und ich würde sagen wir gehen mal knacken so ab geht's in unserem königlichen Bett ja weiß ich ja auch nicht ich bin ja auch nicht der Baukünstler bei Minecraft so und jetzt würde ich ja gerne mal am Wolkenpalazzo wieder hingehen hier haben wir ja soweit viel getan am Haus was was ich jetzt nochmal übrigens machen werde ist nochmal oben aufs Dach gehen und nochmal ein bisschen die Akzente genauer kann ich denn? kann ich denn? kann ich denn? geht das denn? warte mal ach komm geh mal nochmal rein wenn es dann nicht klappt ähm jetzt müssen wir uns einfach hier hochbauen das ist natürlich super so so ist das hier einfach ein bisschen Akzente setzen hier oben weil äh welch ja ne äh keine Ahnung ein Schornstein aber äh ich bin ja eigentlich nicht so für Schornsteine in Minecraft wenn ich ehrlich bin bin ich nicht für Schornstein kann man denn das jetzt? ja so schon mal nicht dann geht unsere Idee schon mal nicht auf ach jetzt haben wir keine Ahnung ach doch wir haben eine Spitzack ach Gottseidank ein jetzt müssen wir nochmal runter äh hätte ich mir doch ein bisschen hier Slaps holen naja so Slaps 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 ging denn das so? ach wir haben gar nicht oder? zwei Koppel zwei Koppel was? wir haben keinen Koppel ach Mensch guck mal hier haben wir doch nice dann klappt das ja auch so so ähm sorry meine Stimme ist ein bisschen weg so dann machen wir mal den hier zack und dafür dann geht das denn? ich weiß es gar nicht äh nein so schon mal na so schon mal nicht kann man hier vielleicht na so und so und ähm ja auf jeden Fall super scheiße jetzt kann man natürlich hier nochmal Dingens drauf setzen aber ja es sieht eher aus wie das xbox Symbol oder so riesen Straubenschlüssel ähm kann ich denn so machen? warte mal aber das sähe dann ein bisschen wikingerhaft aus oder? bin ich mir da sicher das sähe wikingerhaft aus warte mal den hier vielleicht den hier dann zack und zack aber ist ja eine Strandhütter ne kann man das hören will ich gar ne klingt für ein bisschen schwul aber komm wir machen das einfach mal so so hier zack und den hier und jetzt mich verarschen äh 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 was? ich konnte achso hm ja hm 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 ja hm ich seh schon falsch gebaut hab ich das jetzt wieder? weiß ich jetzt nicht nein nein na super das hab ich natürlich falsch gebaut das müssen wir weiter unten machen jetzt hab ich das wieder falsch gebaut ne also ein christliches Symbol will ich ja nicht drauf haben ein kreuz das machen wir schon so hier zack zack sieht halt wikingerhaft aus aber pfff ich weiß jetzt nicht in der Tat was sonst hier drauf könnte ich könnte jetzt noch hochbauen hier drüber ne Villa drüber bauen aber das will ich ja gar nicht ach komm wir lassen das einfach so seh denn das jetzt gut aus ja sieht wirklich wie ein wikinger aus aus hey wiki so jetzt wollte ich Dingens genau aber uns fehlt ja mal wieder Wolle naja Wolle haben wir ein bisschen aber halt nicht so viel hm hm natürlich scheiße so was ich ja mal machen wollte ist ne Monsterfalle bauen ja Projektrat fängt mit großen Plänen an langsam ne Monsterfalle bauen aber wo wollen wir sie denn hinbauen warte mal ich guck mal gerade wo wollte man sie denn hinbauen ach hier natürlich wieder Windows hat ne Frage Update nein Güte jetzt nicht ich nehm grad auf Windows wiii jetzt muss die Frage wo macht man das jetzt hin wo machen wir denn das jetzt ach ach scheiße ich hab mich schon gewohnte Wochen das nicht leckt aber ich glaube jetzt wird es wieder lecken aber wir brauchen ja die Aussicht scheiße hab ich ja gar nicht dran gedacht nein ach kacke ach kacke scheiße scheißen na das nennts natürlich alkoholisch aber ach und ich dachte Mensch Minecraft ey hast du mich wieder erfolgreich verorscht ganz ehrlich so hier machen wir mal kurz zu wenn wir schon mal Erde dabei haben da können wir ja wenigstens mal ein bisschen zu machen nicht dass ihr denkt ich mach jetzt hier das ganze zu ich hab ja nur begrenzt Erde dabei aber wenn wir schon mal Erde dabei haben dann können wir doch mal hier freundlich sein und das Ding mal hier langsam stopfen ich stopf der Algen das Maul hier wenn ich so dass ich jetzt sechs Stecks Erde mit dabei hab jede jemanden du 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 w du du kann du du Bis zum nächsten Mal.